Wenn du weiße Bohnen genauso sehr liebst für ich, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall abspeichern. Kleiner Side-Fact, wusstest du eigentlich, dass wenn du einen unnormal großen Appetit auf Schokolade hast, das eventuell ein Anzeichen für Magnesiummangel sein könnte? Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff, der in vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Unter anderem reguliert er den Blutzuckerspiegel, wenn der nämlich rapide abfällt, kommen Heißhungerattacken. Und jetzt ratet mal, wo Magnesium auch ordentlich drin ist. Richtig, in weißen Bohnen. Grund genug, neben der Leckerkeit, die auch öfter mal in den Speiseplan mit einzubauen. Und genau das machen wir heute wieder. Nachdem ich schon einige meiner liebsten weiße Bohnenrezepte mit euch geteilt habe, ihr findet sie alle in meinem Feed, kommt hier ein weiterer heißer Favorit von mir. Für das heutige Rezept bedienen wir uns im heimischen Garten. Wir kombinieren nämlich Lauch mit frischen Kräutern und sorgen dafür, dass die sich gemeinsam in einer cremigen Soße tun. Natürlich darf auch ein bisschen frisch angeröstetes Brot nicht fehlen, damit wir ein geeignetes Werkzeug haben, um das Ganze auch aus der Pfanne zu schaufeln. Das Ganze runden wir jetzt noch mit ein bisschen frischer Zitrone ab und alle weiteren Zutaten findest du unter dem Video.